Wir wurden heute Nacht sehr alarmiert zum Verkehrsunfall. Vermutlich eingeklemmte Person. Als wir vor Ort waren, wurde sich folgendes Bild. Ein Trümmerfeld nach Aufprall TKW zur LKW frontal. Fahrer lag leider auf der Straße, verstorben. Die andere Problematik war die, wir wussten nicht, ob man wer ein Fahrzeug ist. Wir haben Kindersitze gefunden. Für uns ist es immer ein schreckliches Ereignis, wenn ein Kind das jetzt auf der Straße liegt. Man weiß ja nicht, ob da noch ein Kind drin war. Deswegen geht die Suche dann schneller voran, als wie sonst alles gesagt. Wir waren 35 Einsatzkräfte heute Nacht. Die Feuerwehr Sondramitte aus Ulven noch. Und unterstützt die Kollegen aus Eschwege mit der Wärmbildkammer. Das ist völlig alles so einfach. Es sind Extremsituationen, die wir hier haben. Wir sind eigentlich darauf geschult, würde ich mal so sagen. Obwohl wir das alles ehrenamtlich, freiwillig machen, haben wir verschiedene Instrumente, um uns hervorzubereiten. Die müssen funktionieren, um einfach mit den besten Maßnahmen und Mitteln ihr Leben zu retten und in Einsatz so gut wie möglich abschieben zu können.